hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu nintendo land das hier ist jetzt der vierte part wir werden jetzt ich weiß nicht hier ist es Captain Falcons Twister Ways das ist auch wieder ein Zungenbrecher das werden wir jetzt spielen und ich spiele das jetzt hier gerade blind weil das habe ich vorher noch nie gespielt das heißt wenn ich fehle dann liegt es nicht an mir umgekehrt es liegt dann an mir okay ich muss hier das Gamepad einmal waagerecht halten ihr seht kann ich so lenken blablabla ich wackele mit meinem Hintern so da muss ich eben da steht auf dem TV Bildschirm solltest du nur schauen wenn du in einem Tunnel bist zuerst üben wir das steuern jetzt muss ich hier steuern eben sorry dass hier dass ihr das hier jetzt nicht sieht ich versuche mein bestes hier so dann fangen wir jetzt mal an 3 2 1 ich glaube das ist jetzt noch üben und das schaffen wir sehr das Gamepad in die Richtung in die dein Gleiter steuern soll passt werden wir machen Monika wenn du dein Tempo senken möchtest dann berühre den Touchscreen ja das werde ich machen Monika jetzt schau mir zeigt es gerade an wo ich hinschauen soll das ist ein blödes Spiel das kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen Sektor geschafft sehr gut das klappt ja wunderbar und nun auf die Plätze das Rennen beginnt okay so das war jetzt üben ich hoffe dass jetzt hier nicht wieder dauernd steht schau auf das Gamepad schau jetzt steht hier jetzt muss ich hier noch okay Sektor 1 Zeitlimit 30 Sekunden 1 los den Beschleunigungsstreifen mitnehmen genau noch genau auch so jetzt läuft jetzt läuft es bei uns jetzt jetzt wird es laufen so ich hoffe wenn ihr wenn ihr dem das weil ich habe gestern Video gemacht wo ich meine ganzen Wii und Wii U Spiele euch zeige und vorstelle und ihr müsst mir dann bitte 5 aufzählen wenn ihr das noch nicht gemacht habt ich stelle euch das Video oder halt ich stelle den Link vom Video in die Video Beschreibung damit ihr das einfach anklicken können mir dann bitte die Kommentare schreibt es endet übrigens am 15 Dezember also bis dahin ihr habt jetzt noch 15 Tage Zeit mir in die Kommentare zu schreiben dann würde ich euch dazu raten dass ihr das auch macht ich wäre ich fände das richtig cool weil da könnt ihr ja sozusagen mit entscheiden was ihr sehen wollt dass ich das euch letzt sehen würde wo er nicht mehr weiterkommen kann ich euch dann helfen das wäre ja cool würde ich jetzt sagen so Trista Race das habe ich vorhin echt noch nie gespielt wir haben bloß mal 8 Sekunden 5 4 3 vor denen haben wir noch knapp geschafft vor was sind das hier sind wir gelandet jetzt fahrt Trista so wie man das jetzt nennen sollte wow nicht nicht auf dieser WTF ähm ja ich wüsste nicht dass wenn man rausfliegt dass man dann äh tot ist dann machen wir es einfach nochmal weiter weiter man muss auch mit Fails leben können so ich würde mich auch mal freuen wenn ihr ein Video von mir bewertet wenn es cool ist mit einem Daumen hoch und sonst braucht es nicht bewerten ja also ihr wollt jetzt gerade hater werden oder sowas oder stimmt das ist scheiße dann könnt ihr das auch so jetzt bitte besser fahren jetzt sehe ich hier sogar mein Geist oder das seht ihr bloß ich auf dem Gamepad sehe das nicht nein bin ich ein Lappen jetzt habe ich boah ok jetzt jetzt habe ich mal wieder mit der Zeit verkackt der ist jetzt vor mir also ich bin vor mir das das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn aber das ist ja egal so erster Sektor ja ein Tunnel voraus sagte der oder sie oder was auch immer am Monitor ist ja müsste eigentlich eine Frau sein wir haben den dritten Sektor das letzte Mal geschafft hoffentlich schaffen wir es jetzt auch nochmal und schön um die Kurven lenken heute habe ich wieder auf den auf den TV geschaut boah das ist nicht so leicht wie ihr denkt Tunnel voraus Tunnel voraus Tunnel voraus ok geschafft sind wir jetzt schon Sektor 3 boah ihr ihr seht da ja noch Dings auf dem am oberen Rand vom Bildschirm da seht ihr ja noch wo ich bin habe ich jetzt gerade gemerkt nein scheiße ah schön um die Kurven driften jetzt jetzt läuft es nicht schnell nein boah so ne scheiße den dritten Sektor haben wir geschafft yeah achso jetzt muss ich wieder hergucken das mit dem gucken ist hier richtig asozial hoffentlich kommen wir das mal weiter als beim letzten Mal nein 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 schon wieder der gleiche Fehler scheiße ok dazu sage ich jetzt auch mal wieder nichts ja ich probiere es jetzt noch einmal und wenn es jetzt nicht besser klappt dann haue ich dieses Gamepad auf mein TV Bildschirm das ist kacke ich das nicht schaffe so zack äh Sektor 1 ja Monita zähl nur den Countdown passt schon so jetzt werden wir jetzt wissen wir dass wir hier besser fahren müssen aber das ist auch richtig kacke da mit dem Beschleunigungsstreifen ja nicht auf diese scheiß Mauer hochfahren ja Tunnel voraus bla 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 hä WTF ok jetzt im Moment versteht gar nichts mehr außer Bahnhof jetzt wieder schön um die Kurven driften so die Kurven die haben wir jetzt drauf die nur wenn sie jetzt noch brutaler werden dann nein das war jetzt ein riesen Fehler von mir nein 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 wa baba jetzt ok Tunnel voraus müssen wir auf den TV gucken weiter jetzt jetzt haben wir den zweiten Sektor geschafft nein das war ich natürlich in dieses Scheiß was sind das eigentlich weil hier auf dem Gamepad sehe ich die nur von oben so weiterfahren schön um die Kurven driften ja ja langsam langsam läuft's jetzt kommt fahr 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 ja der dritte Sektor den haben wir jetzt den schaffen wir ich glaube das könnte ein bisschen kürzeres nein nein es war ich noch schlechter ok das wird jetzt mal ein kürzeres Ding kürzerer Part ich sage jetzt nichts mehr aber das ist ein Kackspiel so viel kann ich sagen aber wir haben am meisten Punkte bekommen das ergibt irgendwie keinen Sinn aber egal ich hoffe dieser Part hat euch trotzdem gefallen obwohl ich so oft gefehlt habe aber wir müssen ja jetzt noch diese drei Päckchen machen wie sonst auch immer hier holen wir sie uns so wir haben wieder 415 Münzen gleich mal alle weg ja wir haben es erstes Päckchen so und jetzt kommen wir zum zweiten Päckchen BAM BAM hä muss ich hier genau rein zirkeln so das schaffen wir da schaffen wir es logisch da auch nein fuck so der geht der geht der geht nicht boah nein verarsch mich jetzt nicht der 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 passt der passt WTF der war ja genau rein so der hat jetzt gepasst jetzt haben wir schon zwei noch ein und dann haben wir es wieder wir hätten jetzt ist wieder was in der jukebox ich sehe es kommen so jetzt geht ihr alle da rein nein warum geht da keins rein dann kommt einfach mal von rechts eins genau da rein jetzt haben wir drei geschafft guck mal wo sie hinfliegen eines ist da hinter mir runter das ist bestimmt in die jukebox nicht ähm wo ist das seht ihr irgendwo ein Päckchen ein Päckchen springen ich sehe es nicht ich sehe es nicht wo da hinten sehe ich mal zwei da sind nochmal zwei so das haben wir nicht neu das haben wir das haben wir neu ein Rubin von Zelda da sind okay das haben wir auch nicht neu das haben wir auch nicht neu das ist neu was ist denn das herbstpilz herbstpilz okay der ist von pikmin adventure das werde ich euch auch noch zeigen der nächste das haben wir auch schon das haben wir auch schon das bestimmt auch schon ja eines muss ja noch sein wir haben drei freigeschalten wollen ich mich verarschen hä sieht ihr ah jetzt sehe ich Suite Deyo Animal Crossing und hier beim Tracer Ways und was soll das jetzt sein falcon light also das kommt von diesem Spiel was wir gerade gespielt haben aber irgendwie habe ich das nicht gesehen vielleicht habt ihr es gesehen Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.